Scheiß drauf, wir haben eh nicht viel. Mahou Shou Shou Madoka Magica. Mahou Shou da Madoka Magica. Eigentlich mal weiter irgendwo? Äh... Let me think of it, I was bei Folge 8 oder so was. Sweet! Letzte Folge sehe ich für den Arsch. Is it? It is. Hat denn nur Scheiß passiert? Naja... Die erste Folge ist auch nicht viel besser als die zweite. Oder, ja, erst und zweit. Das Design der ersten Hex rock sollt, oder? Wat? Das Design der ersten Hex hat auch gerockst sollt. Oh, jetzt bin ich einfach abfotografierter Glicks. Die Fernseher waren auch nicht besser. Aber der zweite war toll. Schade. So hieß die. Echt? Die haben alle Namen. Die erste ist Getsrode. Achso, das stammt dann irgendwie nicht? Das steht in Hexenschick. Ja, das stand da irgendwie... Wie so... Boss... Teil. Naja... Naja... Wie spielen wir davon? Schade. Hm? Naja... I'm ready to go. Which one should I able? I'm ready to go? Du kannst mit Kyoko spielen. Mit Kyoko? Speer. Ja. Und Tomura. Ah, Kyoko Saku, ja. Ja, die ist toll. Und dann mit der kann man spielen. Ja, 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 ja. Und so mit Tomura. Ja, ja, ja. Und mit Mami? Ja, mit Mami auch. Yay! Mit Madoka und der anderen kann man auch spielen. Die Kyoko wäre aber nicht. Ah. Schade. Bis jetzt... Bis jetzt kann... Bis jetzt kann Madoka überhaupt nichts von mir. Soll ich machen oder soll ich nicht? Was soll der Wunsch sein? Du... Du... Das... Das sagt so ab. Mami war so stylish. Mami war so stylish mit den Pistolen. Die kriegt noch mal ne Szene. Szene. Die ist tot. Ah, sie ist nicht tot. Die kriegt noch mal ne Szene. Cool. Ich dachte mir einfach nur... Ich hab auch nicht gedacht, dass sie tot war. Und das ist halt gewesen. Naja. Ich war'n bei Folge A. Naja. Na, keine Ahnung. I do not anymore. Was ist hier? Oh! Ah, der Fingerhalten. War das Gute. Hang hoon! Blumenberblade. Blumenberblade. Wo ist er denn? Hier? Oh, fett ist auch gut. Oh, das ist gut gegen Klanzen. Oh, ja. Soll ich mal auslösen? Mhm. Allein schon mal wirklich leveln, sowas. Ja, okay. Jetzt dauert es wahrscheinlich schon... Das ist schon auf Level hoch. Ich hab alle Waffen hochgelevelt. Bis auf die Neuen. Außer dem Waffen hochgelevelt. Das macht den Intimidation. Intimidation? Ja. Das macht alles ganz gut. Level-Effekt am Mann, Ali. Hä? Level-Effekt bekommst du. Was ist das? Gar nichts, das ist ein... Anti-Upgrade. Mittenfälle. Oh, oh, Preventivschlag, ne? Freigeschaltet. Warum hast du das auf 3... Hm? Warum hast du das auf 3 Sterne? Das hat Act First. Hm. Alles in Schweigeschlein. So. Ja. Zwarzen fest. Hm. Okay. Abschluss ist 2, Plant Bane. Okay, dann tun wir das mal. Wir haben ja auch viele Pflanzen irgendwie. Leveling! What the? Ha, ha, ha! Ist das fette Kettensägen schwer, tu oder was? Was? Ich kann verstehen, warum das Plant Bane heißt. Ich hau jetzt einfach volle Kanne drauf. Confusing Schraub. Hast du diese Schmerzsteige da? Äh! Ich will mein Bestes, auch. Ah! Ja, sie macht ihr Bestes. Sie macht ihr Bestes auch. Sie macht ihr Bestes auch. Und der Anruf muss immer noch beantwortet werden. Sie redet einfach nur um Rembrandt. Normales Reden ist ja nicht mehr drin. Yes, Ray. Ah. Wenn... Yes, Ray. Warum kämpfst du den Stuftball-Gesau? Du brauchst die Erfahrung! Glaub mir! Me's afraid and me's lazy. You can use Plan! Was kommt? Plan! 10! 10 Knopf! Alles Attack Only! Plan 1! Attack Only! Plan 2! No Magic! Plan 3! Attack Only! Was beschloss, dass du eigentlich bist? Mhm. Okay. Okay. Here we go! Kata! Hiya! Out of my way! Pitch! That did it! Follow your... Yeah! Furcht schon, es ist fast ein Tab vorbei. Hm, ich bin nicht Tabs, cool. Genau da! Ah! Das ist echt ziemlich... ...entspannt. 1, 4, 10 Knopf. Das Ding ist random! Ah, Flimmer! Zwar nett! Wollen wir den Flimmer vorwinden? Ich hab heute so einen Manga entdeckt, der heißt Random Walk. Was? Der heißt Random Walk. Hast du mal reingeschnuppert? Ja, liebe Story. Ich hab auf der Rückseite mal gelesen, den letzten Satz von der Beschreibung. Doch die Gefühle für ihn klauschen nur auf kleiner Flammen. Da war's mir schon genug. Ich hab irgendwas anders gemacht als Ankleid. Eben. Du bist so ein Flacker! Oh, sorry! Du bist so ein Flacker! Oh, sorry! Du bist so ein Flacker! Oh, sorry! Oh, das müssen wir uns jetzt mal reinziehen. Toll er schaut. Guck mal. Na, da kannst du ja mal schön die Säbien auf die Haare schneiden. Mhäaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh Hahahaha 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 Du kannst ihn nicht aufhalten. Hahahaha 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 Bo, eine Planung zu Energy Blast! Boom! Abends war das Auto-Elequid anlogged. Und was auch immer das machst? Na komm, komm Gib mir doch mal nach! Das heißt Autoflässigkeit! Ja und? Vielleicht macht man es ja... ...Gemessigkeit automatisch. Ich weiß es doch auch nicht. Aber er hat Near Death. Plus. Sinn? Was macht Near Death plus? Oh toll! Was ist das denn scheiß? Ich sehe überhaupt nicht gegenseitig auf. Du hast doch auch hier. Ja 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 ja. Cool, Schick! Das ist irgendwie zu wieder. Use so magic, you reason shit. Du Biaaach. Biaaach? Den kann ich nicht mehr von dem Boss. One icicle doesn't matter. I say. You say? Hey! Because... ...when Sunshine... ...want together... ...ing was moved forever. D-d-d-d-d... Umbrella... ...alarm... 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 ...haha... ...oh, das looks like das. ...teile... ...none... ...Maze of colors. Du kennst du Paisau! Und das ist Mike Maces, Maces make me confused. Go! Man, die fände ich gleich nach dem Thema vorhin. Also diese Treiblanen sind zweimal nur angreifen und das eine Mal ist nur angreifen und dann verdient. Das ist voll ebenbare Taktik, oder? Oh, der hat ein Lender! Cool, mal wieder. Ich bewundere deine Anfahrtsabschung. Ich bewundere deine Anfahrtsabschung. Ist das ein Gegner? Nee! Muss auch draufießen. Hopp, hau drauf! Hey, der kommt hier hoch. Ist auch ein großer Baum. Keine Ahnung, aber mal. Ah, der steht noch! Obergegel! Was hast du überhaupt für ein Schwert, Mann? Man denkt, dass du so glücklich hast, wäre ich nix. Es ist nicht. Nichts. Ready for battle. Ist er nur ein Zweihänder, was mit einer Hand trägt? Und dann mal, weil du durch die Luftbehörden wieder aufhängst. Über keine Miene versiegt, oder irgendwie seine kleine armen Staturkern, um ein bisschen Bodenfestigkeit zu haben. Nein, du fängst einfach auf! Der hat solche Arme, du hast das Armband und drückt die Hände da. Ich bin bereit für deinen Plan. Ich bin bereit für deinen Plan. Ja, komm! Was zu spät! Ich bin bereit für den Plan. So wie Christ Fantasie, oder? Ich wollte es nur sagen, ja. Ich bin bereit für den Plan. Ich bin bereit für den Plan. Ich bin bereit für den Plan. Und die sind die. Oh man Adi. Na, nur enttäusch! MET NET! Ich brauch nämlich zwei Leute, brauch ich hier ein bisschen Magie! Axel, dein Limit! Wie soll ich mein Limit, Axel? Hast du sie noch alle? War das wirklich nötig? Das Rufia Heal, everyone! Rufia Heal, everyone! Mit Axel, Axel! We don't need that now! Yes, you do! Do we? Must answer my calling! Okay! All have done that! Light damage to one market! At the beginning! Oracle's healing! Gee, it doesn't have an AoE hailing skill! That sucks now, I know! Why have you said it then? Because we have to heal everyone, cause they are all dead soon! I do that, but once the fight's over, see? You can't use Axel, Axel, during the menu! He doesn't care, have some potions or else! Potions are very precious! I should've been the one to fill a Dark Star with Light! I want to know that you have some ice cream! You need some ice cream! And you'll have some ice cream! No! I have an ice cream. Ice cream! I can drink ice cream! I can drink too! Okay, I'll drink some ice cream! Cool! You can play the game! Ok, we can play the game! When the boss comes, you have to go! Damit ihr alle Zeugen meiner Awesome Taktik werdet, die total aufgehitzt! Manche könnt's ja auch schaffen, dann gehörst du da auch mit Bossen und so. Bossenfighten ist cool, dann ein wenig der Musik. Na, da hat er auch die E-Pack-Keels. So, na, schade, ist da noch ein Bild? Was? Was? Ja! Was war denn das jetzt, Mann? Bist du nicht verwertet oder was? Hä? Bist du nicht verwertet? Was? Decay in Holland. Die Scheißgebiete ändern ihren Namen auch wie es ihnen gefällt. Oh, Boss! Aber du hast einen Speicherpunkt und die Sequenz startet einfach noch voll im Speicherpunkt!